Moin Moin, hier ist wieder euer Robin Fauch. Heute soll es mal wieder um Artikel 13 gehen. Das Gesetz, was Urheberhecht schützen soll in Deutschland. Vor gut einem Jahr haben wir demonstriert, zu Tausenden, zu Hunderttausenden in Köln. Ich war auch dabei, ich habe auch Videos gemacht. Was ist Stand der Dinge? Ein Jahr ist vorbei, ein Jahr hat Deutschland noch Zeit, dieses in deutsches Recht umzusetzen. Zwei Jahre sind dafür angesetzt. Wir würden aktuell gerne was dafür machen, können es aber nicht, wegen der aktuellen Situation. Hm, Versammlungen so, sind ja aktuell verboten. Das heißt, was können wir tun? Herr Newstime, eine große Persönlichkeit, im Artikel 13, Thema, sehr weit drin, sowie Herr Solmecke. Artikel 13, äh, Herr Newstime hat zu Artikel 13 jetzt ein neues Video rausgebracht. Klage gegen Artikel 13 mit Julia Reda. Da ich aktuell nicht auf mein Schnittprogramm zugreifen kann, werde ich euch das Video da unten verlinken. Ja, so sieht es nämlich aus. Vor knapp 20 Minuten ist das Video online gegangen. Schaut es euch bitte an. Und dann hoffen wir mal, dass das Beste draus gemacht wird. Ciao mit V, euer Robin. Tschüss. 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 Tschüss.